Wir sind jetzt auf der Inter Tabak in Dortmund 2016 und haben Robert Caldwell hier bei uns und wollen ihm ein paar Fragen stellen. Er spricht Englisch, deswegen werde ich übersetzen. Mr. Caldwell, just the first question, who are you actually? We don't know you yet in Germany. Maybe you can say a few words, yeah? Sure, my name is Robert Caldwell. I'm a cigar maker from the United States, producing cigars out of Dominican Republic. Alright, also er produziert in der Dominikanischen Republik, ist hier jetzt noch nicht so bekannt, er hat mit Airoa auch zusammengearbeitet und wir werden uns jetzt mal seine Marken anschauen. Well, you have brought a lot of boxes with you. Maybe you can tell something about your favorite cigars, what makes your cigars so special? Perfect. So we have five brands here. Eastern Standard, King is Dead, Long Island, Lindemann's Bluff, and Sevillana. Sevillana, first, is just a good everyday Connecticut cigar. Mild, creamy, smooth, little bit of spice to it. Lindemann's Bluff back here is our first cigar we made out of Central America. It's got Ecuadorian Habano wrapper. Medium-bodied, nutty, little bit of spice. These are more everyday price points. Our premium collection here, our Caldwell collection. Eastern Standard, mild to medium, creamy, smooth, very, very rich. Featuring a wrapper that's hybrid Connecticut shade with Arapiraca. So it's going to be a more deep flavored cigar. King is Dead here. That has Negrito wrapper, 100% Dominican cigar. Medium to full, moderate spice. Just very nice flavor to it. And then here, Long Live the King. It's got a Corojo wrapper on it, fuller in body. Okay, also, er sagt, er hat fünf schöne, schöne Serien hier, von leicht bis kräftig, zum Teil sehr komplexe Sachen, zum Teil auch Zigarren, die für einen Einsteiger gemacht sind. Preisklasse ist ein bisschen, ist ein bisschen höher. Was die Zigarren auf jeden Fall interessant macht, ist, dass er Tabake verwendet, an die die Großen so kein Interesse haben, weil sie einfach in zu kleinen Mengen verfügbar sind. Aber er kann dadurch Blends schaffen, was eigentlich so kaum ein anderer vermag. Und das macht die Zigarren da noch wirklich besonders. Okay, thank you very much. My pleasure, thank you.